Langstrecke bei TUI Fly soll es eventuell bald geben. Diese Meldungen gingen in den letzten Tagen so ein bisschen durchs Internet. Und wie so oft, wenn es um das Thema Langstrecke und TUI Fly in Kombination miteinander geht, waren alle ein bisschen verwirrt. TUI Fly fliegt doch schon seit Jahren Langstrecke, die haben doch schon seit Ewigkeiten Boeing 787, sagen die einen. Und die anderen sind der Meinung, TUI Fly, das sind doch die, die diese CEWE-Fotobuchwerbung durch die Gegend fliegen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und das ist Grund genug, um dieses ganze TUI-Konstrukt mal ein bisschen zu erklären, was das für Fluggesellschaften sind. Und dann spekulieren wir ganz einfach nochmal ein kleines bisschen über TUI Fly und Langstrecke. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, gerade vor ein paar Tagen hat ein weiteres großes Konstrukt aus Reiseveranstalter bzw. Reisekonzern und seinen Fluggesellschaften für wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gesorgt. Das war natürlich Thomas Cook nach TUI der zweitgrößte seiner Art und damit selbstverständlich eine durchaus nicht zu unterschätzende Nummer am Markt. Aber auch hier im Thomas Cook Fall war Verwirrung erst einmal das passende Stichwort. Denn wenn man sich nicht nonstop mit dieser Thematik auseinandersetzt, dann brauchte man jetzt hier im Falle der Insolvenz erst einmal ein paar Minuten, um zu checken, was für Folgen das Ganze denn jetzt überhaupt in der Praxis hat. Also, man musste ein bisschen sortieren, wo jetzt was hingehört, was wirklich Thomas Cook ist und was nicht. Also, mit anderen Worten, es gab verdammt viele interessante Kommentare im Internet zu lesen. Einige haben sich wirklich gewundert, warum die Flugzeuge, die da in England rumfliegen, so verdammt ähnlich aussehen mit den Flugzeugen, die hier in Deutschland bei Condor unterwegs sind. Und seit wann gehören die eigentlich nicht mehr zum Lufthansa? Also, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Man musste da erstmal gucken, was jetzt hier überhaupt Phase ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, sind zwei Dinge. Und zwar, dass es durchaus eine Trennung gibt zwischen Konzernen und seinen Fluggesellschaften. Und nur, weil die Flugzeuge ziemlich gleich angemalt sind, ist das nicht automatisch die gleiche Airline. Und das ist auch eigentlich schon der wichtigste Punkt, denn genau so ist es auch bei TUI. Und wir sortieren das jetzt einfach mal ein bisschen durch. Das Wichtigste vorweg, unter TUI an sich versteht man erstmal keine Fluggesellschaft, sondern selbstverständlich einen Tourismuskonzern. Und zwar den größten in Europa. Dabei ist TUI selbst erst einmal eine Aktiengesellschaft. Und zwar eine mit Sitz in Deutschland, unter dessen Dach dann verschiedene Reiseveranstalter, knapp 170 Flugzeuge in verschiedenen Fluggesellschaften, etwa 330 Hotels und auch 16 Kreuzfahrtschiffe hängen. Dafür arbeiten an verschiedensten Standorten knapp 70.000 Mitarbeiter bei TUI, die dann dafür sorgen, dass pro Jahr etwa 27 Millionen Menschen mit denen in den Urlaub gehen können. Das sind ziemlich beeindruckende Zahlen, die aber erst einmal nur eins verdeutlichen sollen. Und zwar, dass das, was wir da in CW Fotobuch Lackierung über deutsche Flughäfenrollen sehen, nur wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil von diesem Tourismuskonzern ist. Schiffe und Hotels, das ist zwar alles schön und gut, aber uns interessieren jetzt natürlich die Flugzeuge, die wie eben bereits erwähnt in verschiedenen Fluggesellschaften, also in mehreren Fluggesellschaften untergebracht sind, die da unter diesem TUI-Dach hängen. Und mehrere Fluggesellschaften, da kann man schon mal kurz drüber nachdenken, wie kann sowas überhaupt zustande kommen. Seit 2005 werden diese verschiedenen Fluggesellschaften als TUI-Airlines bezeichnet und unter diesem Oberbegriff zusammengefasst. Und dabei hat TUI gar nicht unbedingt all diese Fluggesellschaften selbst gegründet, sondern sie vor allem an verschiedenen Standorten eingekauft. Fangen wir mal an mit dem größten Mitglied in diesem Airline-Verbund. Und wenn wir uns ein Flugzeug dieser Fluggesellschaft anschauen, dann fällt ziemlich schnell auf, dass das Ding irgendwie ganz genauso aussieht, wie die Flugzeuge, die von TUI halt auf dem Vorfeld in Frankfurt, München, Hamburg oder Hannover stehen. Ist halt TUI. Aber das ist dann auch schon der Fehler. Alles wirklich Interessante verrät uns dann der Blick auf die Registrierung der Maschine. Und das ist damit auch schon der wichtigste Tipp, um hier in diesem ganzen Konstrukt etwas weiterzukommen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, die meisten von euch wissen das natürlich. Das ist jetzt kein Geheimtipp oder sowas. Das ist für die Profis von euch absolut klar. Aber nicht alle haben da immer sofort einen Blick drauf. Also nicht böse gemeint, aber nicht alle erkennen immer sofort die Registrierung und wissen dann, wo das Flugzeug wirklich hingehört. Sondern viele schauen sich eben die Lackierung des Fliegers an und denken dann, alles klar, das muss ja diese Fluggesellschaft sein. Das ist nämlich ganz oft einfach der Fehler. Gerade in Zeiten, in denen sich immer mehr Fluggesellschaften wirklich zu einem Airline-Verbund zusammenschließen müssen, um langfristig konkurrenzfähig bleiben zu können, da verliert man schnell mal den Überblick, weil eben viele Maschinen einfach ziemlich gleich aussehen. Und der Blick auf die Registrierung, der Blick auf das in Anführungszeichen Kennzeichen des Flugzeuges, hilft dann hier ziemlich schnell weiter. Wir gehen auf die Registrierung und finden dann heraus, dass das Flugzeug definitiv in Großbritannien zu Hause ist. Das hat mit der deutschen TUI-Fly-Reihen gar nichts zu tun, sondern das hier ist ein Flugzeug der ehemaligen Thompson Airways. Diese Airline war wiederum im Jahr 2008 entstanden, durch den Zusammenschluss von First Choice und Thompson Fly, deren Geschichte wiederum dann bis in die frühen 60er Jahre zurückgeht, als britische Charterfluggesellschaft Britannia. Also Thompson Fly, Thompson Airways und jetzt dementsprechend seit 2017 ganz einfach TUI Airways. Die sind mittlerweile knapp 60 Flugzeuge stark, haben hauptsächlich Boeing 737 in der Flotte, aber auch Boeing 757, 2767 haben sie meine ich auch noch und 12 Boeing 787, also Dreamliner für die Langstrecke. Durchschnittsalter aller Maschinen beträgt gut 9 Jahre. So, und dann machen wir einfach ein bisschen weiter in diesem Konstrukt und finden dann wieder eine Maschine, die komischerweise exakt genauso aussieht, wie die Flugzeuge, die hierzulande von TUI unterwegs sind. Aber ich dachte, TUI Fly hat noch gar keine 737 Max. Haben sie auch gar nicht, denn der Blick auf die Registrierung klärt das dann alles wieder auf. Und zwar ist das hier eine belgische Maschine und gehört dementsprechend zur TUI Airlines Belgium. Kennen einige von euch sicherlich noch unter dem Namen Jet Airfly und diese Fluggesellschaft wurde tatsächlich von Anfang an als TUI Tochtergesellschaft gegründet, war aber dementsprechend dann unter dem Namen Jet Airfly unterwegs, wurde dann im Zuge der Vereinheitlichung dieser Fluggesellschaften aber dann so lackiert und so benannt, wie eben erwähnt. Mittlerweile ist die Fluggesellschaft 40 Flugzeuge stark, hat auch hier hauptsächlich Boeing 737 in der Flotte, unter anderem wie gesagt auch die Max, die zum aktuellen Zeitpunkt natürlich am Boden steht, aber eben auch zwei Boeing 787, zwei Dreamliner für die Langstrecke. So, dann machen wir nochmal ein bisschen weiter, finden wieder ein Flugzeug, das genauso aussieht wie das, was hierzulande von TUI unterwegs ist. Aber auch da wieder der Blick auf die Registrierung und wir erkennen, diese Maschine ist in den Niederlanden zu Hause. Mittlerweile heißt der Laden TUI Airlines Netherlands, ist mit 14 Flugzeugen unterwegs, meine ich hauptsächlich Boeing 737, auch hier wieder, aber auch drei Dreamliner für die Langstrecke. Also auch hier neue, moderne Langstreckenmaschinen. Jo, gegründet wurde das ganze Ding als Arkefly. Und dann kommt auch schon TUI Fly Nordic, sieht genauso aus wie das, was von TUI hierzulande bei uns rumfliegt, ist aber eine Fluggesellschaft, die aus Schweden kommt und auch dort hat man zwar zum aktuellen Zeitpunkt nur fünf Flugzeuge, aber auch wieder zwei Langstreckenmaschinen. Hier allerdings noch vom Typ Boeing 767. Ja, und dann nehmen wir Corsair Fly, die gehören eigentlich auch noch zu den TUI Airlines beziehungsweise mittlerweile nur noch zu einem gewissen Prozentsatz. Aber Corsair Fly nehmen wir auch aus dieser ganzen Nummer mal raus. TUI wollte die schon seit Ewigkeiten loswerden und so wirklich passen die in dieses TUI Airlines Konstrukt auch gar nicht mehr rein. Aber, was man da vielleicht als ganz interessanten Punkt noch erwähnen kann, Corsair Fly als Teil der TUI Airlines sorgte mal dafür, dass wir eine Boeing 747-400 in den Farben der TUI-Gruppe sehen konnten. So, und jetzt kommt der deutsche Part. Und das ist dann also TUI Fly. Und wenn wir uns die mal anschauen, dann sieht das alles ganz genauso aus, wie das, was wir uns eben angeschaut haben. Mit dem Unterschied, dass es bei TUI Fly zahlreiche Sonderlackierungen gibt, wie zum Beispiel diese CW Fotobuchnummer, obwohl ich gar nicht mehr weiß, ob die zum aktuellen Zeitpunkt wirklich noch unterwegs ist. Aber auf jeden Fall, TUI Fly ist ja bekannt für zahlreiche Sonderlackierungen. Ist aber auch vollkommen egal. Auf jeden Fall ist diese Fluggesellschaft mit Flugzeugen unterwegs, die ganz genauso lackiert sind, wie die Flugzeuge der anderen TUI Airlines. Es sind aber natürlich deutsche Registrierungen hinten drauf. So, und TUI Fly ist zum aktuellen Zeitpunkt ausgestattet mit 36 Maschinen in der Flotte. Hier allerdings, und das ist der große wichtige Unterschied, alle Maschinen vom Typ Boeing 737. Da ist keine Langstreckenmaschine mit dabei. Damit ist klar, die deutsche TUI Fly ist tatsächlich nur ein Teil einer nicht zu unterschätzend großen Airline-Gruppe. Und TUI Fly ist die einzige in diesem Verbund, die eben nicht mit einer Langstreckenmaschine, also nicht mit einer Boeing 787 oder mit einer Boeing 767 ausgestattet ist und dementsprechend auch keine eigene Langstrecke anbietet. Das war bis hierhin, auch wenn es sich so ein bisschen komisch anhört und sich natürlich in Zukunft auch ändern kann, tatsächlich aus Deutschland heraus, auf diesen entsprechenden Strecken so ein bisschen Condor-Sache. Die fliegen mit ihren Boeing 767 beziehungsweise mit geleasten Airbus A330 auf der Langstrecke durch die Gegend und bringen die Leute in den Urlaub. Eine Einschränkung gibt es allerdings, und zwar war TUI Fly, also die wirklich deutsche Fluggesellschaft TUI Fly, in den letzten Jahren saisonal immer mal wieder mit insgesamt drei Boeing 767-300 selbst auf der Langstrecke unterwegs. Das müssten, wenn ich mich richtig erinnere, sogar unter deutscher Registrierung durchgeführte Flüge gewesen sein, also TUI Fly Boeing 767-300 mit deutscher Registrierung, aber eben aus der Gruppe heraus geleaste Maschinen. Ich meine aber, das TUI Fly Personal hatte da sogar die Möglichkeit, sich auf eine Boeing 767 umschulen zu lassen. Das weiß ich allerdings nicht wirklich ganz genau. Also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht ist ja einer von euch zu dieser Zeit bei TUI Fly unterwegs gewesen und weiß da ein bisschen was zu. Aber auf jeden Fall gab es diese 767-300, die für TUI Fly von Hamburg aus beispielsweise Charterflüge in Richtung Karibik durchgeführt haben. Ansonsten, zum aktuellen Zeitpunkt, TUI Fly und Langstrecke, diese Kombination existiert gerade nicht. Eine vielleicht noch ganz interessante Sache, unter den eben genannten Maschinen von allen möglichen Fluggesellschaften der TUI Airlines waren auch immer mal Airbus A320 mit dabei, die ich jetzt nicht explizit genannt habe, denn die gehören den Fluggesellschaften nicht. Das sind in diesem Fall alles gelieste Maschinen. Also wenn ihr da einen halb in TUI Farben lackierten Airbus, ein Flugzeug der A320 Familie seht, das euch dann aus dem Urlaub wieder nach Hause bringen soll oder sowas, das sind alles Maschinen, die man jetzt für diesen Sommer oder für diesen Zeitraum angemietet hat, aufgrund der fehlenden Boeing 737 MAX. Aber gut, zurück zum Thema Langstrecke und TUI Fly. Wenn man da jetzt mal so drüber nachdenkt, dann könnte das doch durchaus funktionieren oder nicht? Die Verantwortlichen haben in den letzten Jahren, denn das ist ja schon immer mal wieder ein Gerücht, was aufgekommen ist, haben in den letzten Jahren dazu immer gesagt, nein, das rechnet sich für Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Jetzt allerdings geht das Gerücht um, ab November 2020 könnte das eventuell funktionieren. Man rechnet zum aktuellen Zeitpunkt noch alles Mögliche durch. Und das ist gerade deswegen besonders interessant, weil TUI Fly aus Deutschland heraus dann eben höchstwahrscheinlich mit brandneuen Maschinen vom Typ Boeing 787 an den Start gehen würde. Und ich weiß, das ist für einige von euch sicherlich ein nicht zu unterschätzendes Argument. Ob das Ganze oder ob dieser Sinneswandel oder ob diese Idee oder was auch immer, ob das irgendwas mit der Thomas Cook Insolvenz und der damit zum aktuellen Zeitpunkt mehr oder weniger und wirklich in Anführungszeichen betrachtet freistehenden Condor zu tun hat, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht. Aber auch das gehört zu diesen Gerüchten mit dazu, eventuell könnten Condor und TUI Fly doch etwas zusammen starten, ihre Stärken miteinander kombinieren und dann eben als große gemeinsame Ferienfluggesellschaft an den Start gehen. Wie gesagt, wir wissen das natürlich nicht und ich denke auch mal, dass es da einiges mehr an Punkten zu beachten gibt, als wir das jetzt auf den ersten Blick erkennen könnten und dass es da einige Hindernisse gibt, die wir jetzt erst einmal nicht so sehen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich den Gedanken mal so im Raum stehen lassen, dass es diese Kombination eventuell ja geben könnte. Gut. Ansonsten muss man ganz klar sagen, TUI Fly und Langstrecke, das klingt verdammt interessant und ich bin da sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommen könnte. Wir beobachten das natürlich weiter. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein riesengroßes Dankeschön geht heute noch raus an Jonathan und an denjenigen mit dem wunderhübschen Namen Captain Montana. Vielen lieben Dank an euch beide für eine tatkräftige und großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Ihr wisst, wie es läuft. Vielen lieben Dank dafür und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem TUI Fly Thema und dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.